Aber Gott hat mir vergeben. Herr Pfarrer, wichtig ist auch das Verhalten des Beichtvaters, also des beichtehörenden Priesters. Was raten Sie Priestern, die die Beichte hören? Ich rate den Priestern, sie sollen sich nie zum Richter machen über die, die zur Beichte kommen. Der Priester muss immer davon ausgehen, dass der, der beichtet, allein schon darin einen Bußakt vollzieht und eine Verdemütigung, in dem er überhaupt zur Beichte kommt. Der Priester sollte sich nie zum Richter machen, sondern er soll sich ganz als Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes verstehen und diese Barmherzigkeit auch durchlassen auf den Beichtenden hin.